Heute ist Montag, das heißt es ist alle höchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, was macht eigentlich der Untergang des Abendlands? Ich persönlich wohne ja mittendrin in diesem Abendland und da hätte so ein Untergang doch erhebliche Konsequenzen für meine gesamte Existenz. Deshalb habe ich nach all den Horrorschlagzeilen der letzten Tage diesbezüglich ein paar Nachforschungen angestellt. Zuerst habe ich den Ümit gefragt. Der hat einen Zeitschriftenkiosk und weiß eigentlich über alles Bescheid, was bei uns im Viertel so passiert. Ich sage, Ümit, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Nein, den hätte er nicht im Angebot, aber er würde mal den Erkan fragen, seinen Lieferanten, der könnte den eventuell bestellen. Ich sage, ist nicht nötig und bin gleich rüber zur Frau Dardai. Die kommt aus dem Iran, trägt Kopftuch und hat eine Änderungsschneiderei. Ich direkt mit der Tür ins Haus. Frau Dardai, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Sagt sie, es tut ihr leid, aber sie könnte heute keine Aufträge mehr annehmen, weil sie wolle heute Nachmittag erst auf ein kurzes Friedensgebet in die Moschee und anschließend mit ihren Glaubensschwestern auf eine Demonstration gegen den islamistischen Terror. Ich also weiter ins Restaurant nebenan zu Costa, dem Griechen. Costa, was ist mit dem Untergang des Abendlands? Nein, den hätte er nicht auf der Karte, aber er könnte mir ein 1a-Filet vom Eifelhirsch empfehlen mit Spätzle und Preiselbeeren. Außerdem hätte er in dieser Woche Dresdner allerlei im Angebot mit Kartoffeln statt Gyros. Ich dachte, sehr witzig und bin weiter zu Mahmoud. Dessen Eltern kommen aus Algerien und er hat so einen kleinen Copyshop. Mit dem kann man normalerweise nur über ein Thema reden, den 1. FC Köln. Aber ich denke, vielleicht hat er ja irgendwelche Geheiminformationen und Fragen kostet nichts. Mahmoud, was macht der Untergang des Abendlands? Wird der Mahmoud völlig panisch und fragt zurück, hat sich Usha im Trainingsager verletzt? Das wäre Katastrophe, weil Usha ist einzig Sturmspitze und sie hätten eh so viele Verletzte. Und ich habe ihn dann einfach quatschen lassen und bin als nächstes zum Glücksgünter. Das ist eine Lottoannahmestelle, die gehört dem Torsten. Ich sage, Torsten, du bist meine letzte Hoffnung. Was macht der Untergang des Abendlands? Sagt er, da hätte er jetzt gar keine Zeit für, weil am Mittwoch wären 7,3 Millionen im Jackpot und die Leute rennen ihm die Bude ein. Und da war ich beruhigt. Denn solange noch so viel Geld im Spiel ist, solange findet der Untergang des Abendlands auf keinen Fall statt. Und ich würde sagen, das ist auch gut so. Mir würde wirklich was fehlen. Denn das ist ja auch gut so. Ich würde sagen, es ist ja nicht so.